Hallo liebe Leute, zum Abend hin möchte ich ein hochspirituelles Video machen. Weißt du, sowas gibt wie ein hochspirituelles Video? Ich habe bei einer Frau, die über Non-Dualität spricht, gesehen, dass sie wahrscheinlich Botox hat und gleichzeitig sehr viel Make-up benutzt. Und ich habe sie gefragt, ohne sie direkt anzusprechen, habe ich gesagt, Frage, wie passen Make-up und eventuell plastische Eingriffe in die Non-Dualität? Und ihre Antwort war, was hat Aussehen mit Non-Dualizid zu tun? Aber gleich daraufhin hat sie geantwortet, lol, wie beschränkt bist du denn, haha? Also ein toxisches Metaframe rausgehauen. Und damit fange ich schon das allererste an, dass nur weil jemand über Non-Dualität spricht, bedeutet es nicht, dass da auch eine volle Erkenntnis ist. Und nur wenn du in der Non-Dualität weißt, fängst du an, Dinge zu erkennen, die du vorher nicht erkannt hast. Also wenn ich jetzt einfach über im Jetztsein spreche, kommen sozusagen in Neudeutsch diese Downloads nicht. Sondern die Downloads kommen nur, wenn du absolut still bist in Gedanken und Sein. Also ich mache mich jetzt komplett leer, keine Anstrengung. In diesem Moment nur bewusst. Und jegliche Bewegungen des Körpers und Zuckungen werden nicht beurteilt, sondern einfach, man weiß, dass man das nicht ist und es ist einfach nur eine Bewegung. Es wird nur beobachtet. Also du fällst sozusagen in ein in ein Nichts wie ein Schlaf, obwohl du hellwach bist. Und dann schaut das Bewusstsein auf sich selber als reines Sein. Man versucht nichts zu erreichen, sondern man lässt einfach nur los. Und nur in diesem Loslassen nicht das Loslassen des Außens, sondern das Loslassen der Identifizierung mit den Gedanken kommt alles andere von selber und vor allem die Eingebungen. Du fühlst, du wirst immer mehr wahrnehmen und vieles einfach verstehen, was andere nicht verstehen. Oder was du selber vorher nicht verstanden hattest. Aber es ist letztendlich nur der Körper und die Gedanken, die etwas plötzlich verstehen. Aber du du intuierst es, du spürst es, ohne darüber nachdenken zu müssen. Und dieses Verständnis, diese Weisheit über das Erwachen selber und die Mechanik, in Anführungsstriche, was passiert, wenn man im Nichts weilt und auch das Nichts aushält als solches. Weil es gibt eine Energie, ein psychoenergetisches Feld, das eventuell diese Stille nicht aushält. Und über dieses Nicht-Aushalten muss man hinübergehen. Auch die Langweile, die sich aufbaut, alle diese sagen, muss man hinübergehen und dadurch wird das psychoenergetische Feld gereinigt. von all diesen gebundenen Energien. Und erst dann hast du auch die Ruhe und die Erkenntnis, nicht nur toxische Metaframes zu erkennen und negatives oder toxisches Verhalten, auch die Nuancen dessen. Zum Beispiel diese Frau, die über Non-Dualität spricht, also eigentlich die höchste Erkenntnis in der Spiritualität. Die Erkenntnis des Selbst hat offensichtlich ein unterdrücktes Libido, sonst würde sie nicht toxisch Metaframen. Und die Aufschlüsselung über das toxische Metaframen, also die Erkenntnis, der Download, der Verständnis über das toxische Metaframe, kam auch nur durch das Sitzen in der Stille. Also wäre ansonsten nicht gekommen, weil nur aus der Stille kannst du die Nuancen, die feinen Bewegungen des psychoenergetischen Körpers beobachten, ohne involviert zu sein. Das heißt, du wirst zum perfekten Kenner deiner eigenen Psychoenergetik, aber auch der der anderen und damit auch ein Kenner der Psychologie, der Energieheilung, alle diese Dinge, das kommt dann automatisch von alleine immer mehr an die Oberfläche. Diese Frau zeigt eindeutig, dass man über die höchste spirituelle Erkenntnis oder sonst was im Leben reden kann, aber die Weisheit, die mit der eigentlichen Erkenntnis, mit der eigentlichen Erwachen kommt, noch nicht passiert ist. Und ich sage immer noch nicht, weil nur das Universum weiß, wann es komplett so ist, wann diese Erkenntnis vervollständigt ist, sozusagen. sagen. Wenn ich über das spirituelle Erwachen rede, müsste ich theoretisch auch gar nichts sagen, wenn es um meine Erkenntnis geht. Ich bin auch immer mehr davon überzeugt, dass wenn deine Erkenntnis komplett ist, ist es relativ egal, was da draußen passiert. Ob du erwachst oder nicht, ist sozusagen egal, weil ich als reines Sein habe ja keinen Vorteil oder Nachteil von deinem Erwachen. Beziehungsweise anders gesagt, das Sein selber ist nicht kleiner oder größer, weil du erwachst oder nicht erwachst oder weil du was Gutes oder Schlechtes tust. Bei mir oder als reines Sein ist es gleich. Im Endeffekt gibt es auch keinen Unterschied. Wenn man richtig tief geht, dann rede ich eigentlich mit mir selber. Ich rede mit niemandem da draußen, weil es keine anderen gibt. Das heißt, im Endeffekt, als Fazit dieses Ganzen, tust du eigentlich Dinge nur und so oder solltest diese nur dann tun, wenn sie für dich eine besondere Harmonie darstellen. weil wenn du sie tust aus irgendwelchen gedanklichen Überzeugungen verschwendest du nur Zeit. Also tu die Dinge, die dir besonders viel Harmonie geben, einfach des Harmoniens willen, weil alles andere spielt eh keine Rolle. Weil es sind ja nur Gedankenkonstrukte. Ich bin hier für mich im Sein. Mehr braucht es nicht. Ich muss auch kein Lehrer sein in Sachen Non-Dualität. Das habe ich immer gesagt, weil nur ein Ich, ein konditioniertes Ich, was davon hat, dass es Lehrer ist oder jemanden anders erwacht. Das Erwachen selber braucht rein gar nichts. Erwachen Vielen Dank.